Das war, soweit ich mich erinnern kann, unser bestes Auswärtsspiel oder vielleicht auch das beste Spiel der Saison in Leipzig letztes Jahr. Und ich hoffe, dass wir an dieser Leistung anknüpfen können. Das Spiel gegen Bochum, da haben wir uns zu Beginn etwas schwergetan. Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen, aber haben uns dann reingekämpft, haben uns dann viele Chancen erspielt und glücklicherweise zwei Tore geschossen. Das war ein Spiel, wo wir mit Kampf und harter Arbeit rangehen mussten. Und das haben wir auch getan. Dafür wurden wir auch belohnt. Was meine Person betrifft, ich hatte eine harte Phase davor, war krank, verletzt, viele kleine Probleme, wieder ein neuer Trainer. Ich musste ihn erst mal kennenlernen und wissen, was er von mir erwartet. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt von Woche zu Woche besser wird. Ich fühle mich wohl in der Truppe, im Team. Wir haben einen Platz gut gemacht auf der Tabelle. Wir sind auf einem Relegationsplatz. Wir haben in Bochum nur noch sechs Punkte vor uns. Das sind alles Sachen, die natürlich Selbstvertrauen geben und ein gutes Gefühl geben, gerade für die Länderspielpause. Und deswegen ist die Stimmung in der Hauptgruppe super momentan. Jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir weiter punkten und versuchen, natürlich unser Ziel zu erreichen. Ich denke, wenn wir wie letzte Saison aggressiv ins Spiel gehen, hoch anlaufen, hohe Ballgewinne haben, effektiv sind vorm Tor, den Ball auch mal über längere Strecken halten können, all die Dinge machen, dann können wir auch in Leipzig gewinnen. Aber letztendlich ist Leipzig kein Top-Club wie die Bayern. Und gegen so Mannschaften brauchst du ein perfektes Spiel, einen perfekten Tag, um dann auch gewinnen zu können.